Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Ponypferde Horses. Ja, vielen Dank für 21 Abonnenten. Ihr seid sehr, sehr, sehr verrückt. Und ich wollte mich einfach dafür bedanken. Danke, danke, Dankeschön. Und ja, mal wieder ein Kindgesicht-Video mit Tim und Tom. Und ich würde sagen, dann stellen die beiden sich mal vor. Let's go, have fun. Hast du auch in deiner Karotte, Tim? Ja, und die, Tom? Kommt gut. Das erinnert mich an die Zeiten, wo wir noch vor allem das Tischchen getrunken haben. Hast du das neue Video auf Instagram? Ja, Carlotta mit ihren neuen Heu-Attentions in der Mähne. Das war ein Ali-Look. Toll. Ich hätte mir beinahe gedacht, sie hätte einen Haarenfall. Ist so, als ob sie bei der Fütterung selber zum Futter wurde. Naja, Carlotta ist ja die Karotte. Kein Wunder, dass alle sie leiten und dann treffen sie sie für ein heißes Date. Und auch noch auf TikTok. Und auch noch auf TikTok, das neue Sohidome-Tab-Karlotta. Und dann in einer Fake-Wiese hat sie ein paar Hosen gemacht. Und dann hat sie auch noch gesagt, ich liebe dich Heinrich. Und auf Facebook wurde gepostet, dass die Katze Mathilda ein Wollknoe gegessen hat. Kannst du das glauben? Ein Wollknoe. Mhm. Und das dachte sie, das wäre ein Maus. Mhm. Naja, jetzt musste sie zum Arzt und der Arzt hat gesagt, oh, die ist schwanger. Aber leider haben wir einen kleinen Fehler. Die Kleine ist zu schlank. Mhm. Und dann hat sie gedacht, nein, nein, das ist ein Wollknoe. Und die Mathilda hat auch noch zugestimmt. Miau, das stimmt. Ich brauche jetzt dringend einen Abschusser, weil ich will nicht eine endgrose Wurst hinter mir haben, wenn ich aufs Klo muss. Mhm. Ja. Tim, was willst du denn sagen? Ähm, die Karotte ist delikatesse. Ach du, im neuen Karottencafé gibt es das neue Karottengericht. Karottentee und Karottenburger und Karotten und Karottensemeln und Karottenkäse und Karottensalat und Karotteneis und Karottenkeks und Karotten... Karotten-Torte. Karotten-Torte ist immer die Beste. Bist du gleich fertig? Ja, guck mal. Ich muss auch noch nicht. Also, auch noch mal bei Instagram. Da hat schon 20 Daumen nach oben die bescheuerte Kalotte gekriegt für ihr sexy Video. Ich liebe dich, Heinrich. Oder wie auch immer heißt. Aber, das ist total sinnlos. Sie hat schon über 100 Abonnenten. Und ihr nur 22. Und ich hoffe, ihr werdet nicht zufrieden mit diesem Video sein. Macht die Daumen hoch. Ich dachte, wir hätten 21. Stimmt, aber ich kann nicht so gut zählen. Also, wer bis 100 zählen kann, ist ein Genie. 1, 2, 3, go! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Es perjolando Felicidad! Aha! Feliz Navidad! Uh-uh-uh! Feliz Navidad! Uh-uh-uh! Feliz Navidad! Es perjolando Felicidad! Uh-uh-uh-uh-uh! I wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! It's a wonderful heart! Feliz Navidad! Uh-uh-uh! 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 Uh-uh-uh-uh! So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und lasst doch bitte gerne ein Abo da, denn wir wollen doch am Ende dieses Jahres oder Anfang 2021 die 100 Abonnenten knacken. Knackt die Karotte! Eben. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben, was ich schon gesagt habe. Aber egal. Tschüss! Tschau! Tschau!